Das denn? Herbeer's only Nein das ist voll so ne Gay Party da drin Oh mein Gott das ist so ein Non-Buds Alter ihre Wollen Hey Leute ein kurzes Vorwort sozusagen vor dem Video nach dem Pre-Intro Erstmal vielen vielen Dank an 250 Abos Mega geil von euch vielen vielen Dank Und ja heute kommt der zweite Teil von gestern da ihr den so gut bewertet habt und da ihr es sehen wolltet heute auch wieder so ne kleine Sache ich hab so ein paar Sachen gesagt so äh ich hab was zu gay habe ich mich einmal über so ein Gay Dings lustig gemacht also einfach nur gesagt und dann über so ne Moschee Dings werdet ihr auch habt ihr auch im Video gesehen also werdet ihr gleich im Video sehen dazu ist bitte nicht zu ernst nehmen habe ich einfach nur so aus Schwarz gemacht weil ich weiß nicht darüber gerade lachen wollte äh ja wenn ihr damit nicht abkönnt könnt ihr es abschalten weil ja nur sehen wenn ihr Humor habt wenn ihr es feiert so im Content am Morgen gibt es wieder meinplex Serie und dann jetzt viel Spaß beim Video sieht gut aus danke Stein guck mal die beiden finden es wenigstens ja ich hab dir ein Mail gegeben du Penner aber ich wusste es ist dein ist du hörst wie Portsitz ja Junge es sollte eigentlich erst ein Mann werden ich wollte den den Bauch weiter bauen aber das war nix pvp im Stream ist immer ein bisschen scheiße wegen der Grafikkarte aber können wir gleich mal versuchen irgendwie auf meiner Runde ich gehe es gehen bekommen aber oh mein Gott das ist voll so eine gay party da drin das ist voll so eine gay party da drin da wir kaum noch mal ein bisschen geben voll so ein gay pool mit seinen zwei Augen da vorne der CDL oh mein Gott das ist so ein non Bart alter in der Kirche die war von ihrer die war von ihrer wollen oh mein Gott alter oh das ist schon mir so ein nein nein